Herzlich Willkommen auf dem Campingplatz am Möhne See, ADAC Campingplatz am Möhne See. Wir sind heute hier um die Kanu on Tour Paddel macht Spaß Tour zu begleiten. Auch letztes Jahr war ich ja schon Medienpartner, auch in diesem Jahr ist das wieder so und heute zu Gast am Möhne See nur etwa eine Dreiviertelstunde von der Heimat entfernt. Wollen wir mal schauen, was so los ist, Familie ist dabei, wir gucken mal, Wetter passt. Ja, wie wir gerade vom Lars erfahren haben, ist der Wind zu stark, sodass im Moment niemand aufs Wasser darf leider von den Anfängern, die bei der Kanu on Tour Tour ja mitmachen sollen. Drei bis sechs Windstärke in Böen, das ist schon ein bisschen heftig. Es gab auch schon die ersten Problemchen mit umgibenden Booten und so weiter. Ja, insofern kann ich euch da im Moment nicht zeigen, aber wir gehen mal spazieren hier am Möhne See entlang. Da soll es einen tollen Spielplatz geben, sodass ihr auf jeden Fall einen Eindruck bekommt, ob ihr mal hier hinfahren wollt zum Möhne See. Musik 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 Wenn wir uns wieder sehen, warte ich fest in seiner Hand. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020